Kankara von Cassini 1, Corofino 1 Kankara ist ein großrahmiger Vererber, der phänotypisch ganz von seinem Vater Cassini 1 geprägt ist. Züchterisch ist dieser Hengst höchst interessant, denn seine Mutter La Costa kommt aus dem Stamm 162, der weltweit zu den erfolgreichsten Stutenstämmen zählt. Bisher stellte der Stamm 162 mit Köster, Carthago Z, Canturo, Waterford Crystal, Feinschnitt, Foliant und Madrigal zahlreiche Olympiateilnehmer. Kankara absolvierte 2009 seinen 70-Tage-Test in Schlickau und erzielte sowohl für das Springvermögen als auch die Springmanier die Note 10,0 und für seine Springanlagen im Parcours eine 9,75. Vater von Kankara Cassini 1 hier unter Frankes Lothack in Aachen. Kankara von Kankara Zahlreiche sportlich hochinteressante Nachkommen traten in den letzten Jahren besonders in Erscheinung. So stellte er mit Classic Edition das Spitzenpferd der Holsteiner Frühjahrsauktion 2014. Die Kankara-Tochter Dakara E konnte sich in der vergangenen Saison unter ihrer Besitzerin Cassandra Orschel im internationalen Youngsterspringen mehrfach platzieren und avancierte zur Landesschampioness der siebenjährigen Springpferde in Elmshorn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.